So jetzt machen wir uns erstmal schön sauber hier, damit der Wildparkmatsch abgeht. Denn jetzt zeige ich euch Premiere, unser neuestes Projekt, wo wir den Wildpark noch ein bisschen attraktiver mitmachen wollen. Kommt mit und ich zeige es euch. Tada, hereinspaziert. Unser neuestes Projekt für den Wildpark in Müden haben wir das Landhaus gepachtet. Knapp 500 Meter vom Wildpark weg. Wenn der Rausfahrt vom Wildpark direkt gegenüber an der Hauptstraße gelegen ist das jetzt hier unser neuer Arbeitsbereich. Machen wir zusätzlich. Was haben wir hier? Kleinen Tagungsraum. Wir haben die Terrasse, die Bierstube und vor allem Übernachtungsmöglichkeiten. Acht Apartments und dazu noch drei Zimmer, die dann ab sofort hier zu buchen sind. Wenn ihr also von weiter her kommt und den Wildpark besuchen wollt oder sowieso in der Gegend seid, ach wir werden uns noch das eine oder andere einfallen lassen. Jetzt kommt erstmal mit, dann zeige ich euch die Stube, wo man sich bewirten lassen kann. Allzu viel werden wir euch heute nicht zeigen, aber was schon aktiv ist, ist hier der Gastraum. Den haben wir schon ein bisschen renoviert, dezent abgeholt mit dem Wildpark und hier ist auch ab sofort schon Betrieb. Die aktuellen Öffnungszeiten entnimmt ihr einfach der Internetseite, die jetzt hier unten eingeblendet ist. Und da kommt auch das eine oder andere von Mal zu Mal mit dazu. Schaut es euch an, kommt uns besuchen, stellt uns auf die Probe und sagt uns, was euch gut und was euch schlecht gefallen hat.